so da der bastelzeit und heute wird es ein bisschen programmierlastig ja ich muss da mal was reparieren das hier ist so gerade mein posteingang sehen können sehr viele von diesen nachrichten hier hat die kommen vom kronen dämon und dieser dämon der ist gerade tatsächlich irgendwie ein bisschen dämonisch drauf ja so fast im fünf minuten takt kommt da irgendwie eine nachricht dass was nicht funktioniert ja inzwischen ist hier irgendwie mein posteingang gerade mal wieder 760 mails davon vielleicht sollte man das mal reparieren ja worum es hier geht das ist wenn wir vorne gucken dns update ich habe einen dienst laufen der regelmäßig meine ip-adresse in den dns server reinschreibt das ist leider aktuell hier noch der nötig weil die ip nur so semi statisch ist und hey solange ich eine public ip habe werde ich die dann auch übermitteln warum läuft der fehler ja das können wir unten sehen und zwar http request failed bad gateway und das ist nicht mein dns server sondern das was hier das problem auslöst das ist tatsächlich ein cloud dienst den ich nutze der mir meine ipv4 adresse mit der ich raus gehe eigentlich mitteilen soll das ist nervig dass das nicht funktioniert naja das auf jeden fall ist dann jetzt das was ich reparieren möchte und ich denke wir gucken uns einfach mal den code an den ich vor jahren da zusammengeklöppelt habe und wer mich kennt der wird jetzt wahrscheinlich schon ja nicht überrascht sein dass das damals in php entstanden ist ja gehen wir mal drüber was das ding macht wir haben hier unten den hauptcode und zwar erstmal wird die ipv6 adresse geholt dann wird die ipv4 adresse geholt es wird verglichen ob sich eine der v4 oder v6 adressen gegenüber dem letzten lauf geändert hat und wenn sich was geändert hat dann wird hier eine verbindung zu meinem dns dienst aufgebaut und entsprechend übermittelt das hier ist meine ipv4 das ist meine ipv6 wenn das gelaufen ist und ja zurück kommt das alles in ordnung ist dann schreibe ich mir die datei diese stati wieder weg und das sind dann entsprechend die dateien über die er dann läuft dieses skript wird überraschung über den chron demon alle fünf minuten gestartet und ja offensichtlich nicht ganz so erfolgreich gehen wir gerade mal durch was wir denn so haben wir haben hier die letzte ipv4 und letzte ipv6 das ist einfach nur dass er diese datei die er schreibt liest und den inhalt zurückgibt oder halten damit wird wenn nichts drin ist oder die datei nicht existiert kann zum beispiel noch am neustart vorkommen dann ist tmp leer und dann haben wir natürlich noch ipv4 und ipv6 bekommen ipv6 ist relativ simpel das kann ich nämlich glücklicherweise einfach von irgendeinem interface hier abfragen wir gucken ip ash def br102 das heißt unter linux zeigen mir bitte alle ip adressen die zum gerät oder zum netzwerkanschluss br102 gehören da suche ich mir nur die inet 6 raus also die ipv6 adressen nur die globalen nicht die die deprecated sind bei ipv6 kann sein dass eine adresse abläuft sage ich mal und nach und nach erst ersetzt wird und was ich auch noch rausfilter das ist zum einen alle die mit fd anfangen fd das ist so ein code zum beispiel für link local adressen und solche späße das ist also auf jeden fall nichts was nach draußen geht und was ich auch noch hier drin habe ich filter ein präfix raus das war früher mal ein tunnel den ich genutzt habe ich bin mir nicht sicher ob der überhaupt noch irgendwo drin ist aber ja das wird im prinzip geholt alles nicht ganz so sicher hier mit shell exek einfach aber na gut es läuft lokal ein bisschen regex um entsprechend da die ipv6 adresse rauszuholen und ja ich weiß das ist kein gültiger für ein ipv6 passt schon für mich reicht das und ja das wird returned das funktioniert ipv4 funktioniert nicht und das ist wie gesagt dieser cloud dienst ich stelle eine verbindung zum cloud dienst her lade mir einfach über deren api den inhalt und normalerweise kommt da einfach eine ipv4 adresse zurück einfach nur der text einfachste methode ich mache jetzt einfach auf einen meiner server irgendein kleines skript was die ipv4 adresse zurückgibt müsste ich halt gucken weil meine server sind eigentlich alle ipv6 fähig das heißt also standardmäßig würden die die ipv6 adresse zurückliefern da müsste ich dann irgendwie rumtricksen und hier dem skript sagen dass er bitte per ipv4 den request machen soll oder wir machen es noch einfacher und zwar naja einfacher lassen wir das wort einfacher mal weg wir machen es schöner und versuchen mal hier das skript irgendwie ein bisschen sinnvoller zu gestalten und naja wie schon gesagt ich möchte das jetzt eigentlich repariert haben und mich nicht groß anstrengen weil hier ist gerade warm also lassen wir doch unseren guten alten assistenten chat gpt das schreiben und ich denke in dem zuge werde ich dann auch gleich noch das ding so ein bisschen umbauen und versuchen das auf python rüber zu ziehen das dürfte relativ flott laufen also ich mache es mir mal hier bequem und dann gucken wir mal was das chat gpt mir raus rückt wenn er denn lädt denn aktuell tut er das gerade nicht nachher muss ich noch irgendwie selber arbeiten das kann aber nicht sein okay jetzt ist es da fangen wir erst mal mit was einfach nicht an aber sagen wir mal einfach mal gucken was er daraus macht und zwar ich gebe ihm jetzt einfach mal den kompletten code und sage ihm hier pass mal auf ich habe folgendes in php kannst du das in python schreiben send message und an error occurred probieren wir das noch mal und damals schon okay also wir haben auf jeden fall mal unseren code in python bekommen nicht ganz so dolle ist dass ich gerade sehe das ding ist nicht eingerückt das ist für python suboptimal also schon mal das erste problem aber prinzipiell das was er schreibt macht durchaus für mich sinn das mal hier ein bisschen richtig einrücken dann sehen wir nutzt das subprocess modul und das regular expressions modul prinzipiell er hat jetzt denselben code hier gemacht das müsste eigentlich funktionieren da habe ich jetzt keine so großen bedenken das sieht richtig aus aber wir wollen es ja anders haben also oder schöner haben also fragen wir doch mal kann man da was verbessern what would be a regex to match ipv6 adresses und da haben wir doch schon ein regex der jetzt hoffentlich alle ipv6 adressen dann matcht die gültig sind ignore case okay das hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem schirm bei mir gut to know da weiß ich jetzt gar nicht wie nutze ich denn das in re.search na okay er hat es mir direkt als pattern gegeben r.search pattern address hier ist aber keine ignore case achso das i das heißt ignore case okay aber das hier das ist ja nur ein prüfen ob es nur valid ist ähm also kannst du mir das bitte umbauen so dass wir das matchen können ah naja derselbe dasselbe pattern was ich vorher hatte ne aber gut wir nehmen das so kennt nicht das er das gemacht hat und match group 1 jo das kommt hin re.search ipv6 pattern line ipv6 pattern und dann bei uns heißt es output statt line preisfrage können wir das subprocess check output irgendwie umstellen i want to get a list of the ipv6 addresses on the interface br102 in python was sagst du dazu er nutzt tatsächlich auch ein subprocess check output also im prinzip macht er dasselbe wie ich jo das ist im prinzip dasselbe nur dass ich hier äh ipv6 nicht direkt abgefragt habe sondern nach diesem inet 6 gegrabt hatte er nimmt es dann halt auseinander und versucht das irgendwie mit einem ip adress modul zu parsen das ist für mich aber uninteressant also können wir denke ich ipv6 so abhaken und so lassen so ähm testen wir das doch einfach mal print get ipv6 und haben wir hier irgendwo ein terminal dns update py und da kommt eine ipv6 adresse zurück ok den part haben wir schon mal nächster part wäre das ipv4 das wird jetzt wahrscheinlich etwas komplizierter denn ich hätte das gerne von einer fritzbox gelesen ich meine das geht auch also fragen wir doch mal unseren assistenten hier ich weiß nämlich dass es funktioniert das habe ich nämlich schon mal gemacht ähm tatsächlich glaube ich sogar in python habe ich es irgendwo rumliegen es gibt da ein protokoll mit dem man anfragen stellen kann an diese fritzboxen und zum beispiel die ipv4 adresse rauskriegen kann ist nicht ganz so einfach wie einfach einen webdienst zu fragen hier gib mal meine ip aber es geht technisch scheint aber eine etwas größere sache zu sein wenn ich mir die bedenkzeit hier von unserem chatting angucke yes you can retrieve your current ipv4 adress na danke wenn du jetzt noch die antwort oh gott ähm ja ich glaube der dienst ist gerade leicht überlastet make use of the f fritz was fritz connection library okay fertige library ist natürlich noch einfacher das kriegen wir tatsächlich hin ja tr064 protokoll das ist richtig also geht auf jeden fall in die richtige richtung auch wenn es alles ein bisschen länger dauert install fritz connection können wir auf jeden fall schon mal machen ähm wie machen wir das am einfachsten ich glaube wir machen uns hier gerade ein vnv das ist eine art ähm gekapselte umgebung für python so eine art wie ein container könnte man sagen da drin kann man ohne das rest vom system zu beeinträchtigen dinge installieren und äh so ich habe das jetzt hier angelegt einfach python minus mvn Punkt das legt dann in der aktuellen python version euch das an wenn wir jetzt gucken hier ist jetzt jede menge Zeug drin und was wir machen müssen ist Punkt bind schräger activate jetzt sehen wir vorne ist ein dns update jetzt sind wir im dings drin in diesem äh virtual environment und wenn ich jetzt hier zum beispiel pips sage dann nutzt er nicht das pip vom system sondern pip hier drin und wir können jetzt einfach sagen pip install fritz connection heißt es ja hier klauen wir uns das mal und dann wird das jetzt nur in diesen ordner hier reingemacht so wenn wir jetzt hier gucken unter wahrscheinlich lib genau side packages und hier ist jetzt fritz connection dann installiert und das ist wirklich nur hier in diesem environment drin das heißt also wenn wir ein anderes python script ausführen ist das dann nicht da so ich habe mal auch noch ein zoom link hier gebaut auf das dns update und wenn wir jetzt mal python dns update machen das läuft jetzt ja hier in diesem dns update ipv6 adresse gibt es noch ok dann können wir uns jetzt um unsere fritz box hier bemühen ähm so bevor ich den das umschreiben lasse das dauert mir alles ein bisschen zu lange gerade in der zeit habe ich es auch per hand geschrieben und zwar was brauchen wir alles create connection object connection das hier sind konfigurationsparameter die können wir uns gleich noch irgendwie in ähm konfig datei rüber lagern was uns interessiert wir wollen ein fritz get connection ok dann haben wir unseren test auf die ipv4 adresse so wenn wir das jetzt ausführen dürfte eigentlich nichts passieren weil meine daten hier oben noch nicht stimmen ne no module named habe ich das nicht gerade installiert scheint also als ob der code der hier generiert wurde offensichtlich falsch ist na dann gucken wir mal wo wir die anleitung finden from fritz connection import fritz connection aha fritz connection wird klein geschrieben dann müsste es jetzt ja eigentlich funktionieren tut es wir kriegen nicht mehr die fehlermeldung die wir eben hatten sondern wir kriegen jetzt die fehlermeldung network is unreachable wie gesagt ich habe es noch nicht konfiguriert das heißt also der code überraschung ist falsch der hier generiert wurde weil der name stimmt nicht gut ähm es ist halt eine ki die einfach nur dinge plappert oder sogar halluziniert die sie meint gelernt zu haben das heißt natürlich nicht ähm dass es richtig ist weil so eine ki das ist mehr oder weniger einfach nur eine ansammlung von statistischen sachen es gibt aber nirgendwo in der ki wirklich dieses konzept von richtig und falsch man kennt es vielleicht noch von wargames is this a game or is it reality where is the difference ja computer oder in dem fall die ki hat halt noch nicht gelernt dass es da einen unterschied gibt zwischen etwas was man sich zusammenspinnt und der wertlichkeit aber zurück zur werklichkeit wir haben unseren fehler ja behoben das heißt ich suche mal hier die daten zusammen ich glaube ich habe da noch irgendwie so einen user der nur lesen kann oder so packt das meine conflict datei und dann gucken wir gleich mal weiter ob das hilft ok und damit sind wir zurück und das einzige was ich gemacht habe ist jetzt diese drei variablen hier fritzbox ip fritzbox user fritzbox passwort in eine separate datei geschrieben mit dem namen dns update underscore config punkt py und bin hier oben hingegangen habe gesagt import dns update underscore config ohne py das macht er selber scfg ok und jetzt habe ich hier die variablen cfg wo die ganzen sachen drinstehen das heißt hier sehen wir es schon angekringelt das kennt er nicht korrekt wäre cfg punkt fritzbox ip cfg punkt fritzbox user und cfg punkt fritzbox und wenn wir es ausführen und wenn wir es ausführen auch vernünftige sachen aber ok er kennt auf jeden fall das modell von der fritzbox und die 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 version installiert ist das heißt also prinzipiell geht es gibt mir aber eine leere ip dann schauen wir doch direkt mal bei avm was die dazu sagen war ein ip connection get external ip address der befehl sieht jetzt erstmal so aus als ob es den geben sollte ok ich habe es jetzt noch mal mit einem anderen user probiert der definitiv rechte hat und der kriegt auch keine new external ip address also das ist jetzt so ein klassischer fall von hätte aber funktionieren sollen also ich sehe jetzt keinen grund warum das sieht mir eher nach einem firmware fehler von meiner fritzbox aus ich habe aber a keine lust die jetzt neu zu starten und b selbst wenn was wenn ich neu starte wer sagt denn dass der fehler nicht in zukunft noch mal auftritt und mir dann probleme macht also ja machen wir wohl doch die methode die ich vorher gesagt habe und machen das wieder über einen online dienst nur diesmal halt nicht über den den ich hatte sondern ich baue mir einen eigenen lassen den auch wieder umwandeln das läuft über requests das klingt richtig natürlich noch importen den hatten wir noch nicht und hier hier setzen wir dann unsere ap url ein die mache ich aber wieder rüber in die config file also cfg.ap url also holen wir uns eine neue datei und die wird jetzt php einfach weil auf dem server php installiert ist und server was war das remote mal gucken ob das jetzt so stimmt aber ich habe gerade gesehen da ist noch irgendwie ein forwarder dazwischen also brauchen wir den hier x forwarded for das klappt der gibt natürlich jetzt einfach nur die ip raus wir müssen also die anfrage die wir hier gemacht haben in ipv4 zwingend machen heißt also zurück in unser updating und wir müssen hier unser request den wir gemacht haben can i force the request to use ipv4 okay da können wir einfach eine af family angeben af inet statt inet 6 und dann müsste er ipv4 requests rausschicken das wäre hier request.get meckert er jetzt an aber eventuell ist das ja irgendwo da probieren wir mal was er daraus macht name socket is not defined werfen wir dem das einfach mal vor die füße mal gucken ob er sich korrigiert bekommt ich will meine enter taste wieder haben import socket da hätte man drauf kommen können unexpected keyword argument family das klingt mir jetzt so als ob er sich da wieder was komplett seltsames zusammengesponnen hat ich sehe was er jetzt macht er geht hin sucht jetzt zu der ap url die adress info sucht sich die ipv4 adresse raus und macht dann einen request auf die ipv4 adresse was aber vorne und hinten unfug ist wenn ich nur die ip adresse benutze klappen die meisten server eher nicht weil da https und sni und wie host und sonst was dahinter stehen das heißt also auf einer ip sind meistens mehrere webseiten und nur durch den namen kann er die unterscheiden also das klingt so als ob uns das nicht weiterhilft heißt wir gehen zurück zu gut old google und stack overflow to the rescue und tatsächlich ist hier anscheinend eine möglichkeit drin und einfach ipv6 ausschaltet versuchen wir das doch einfach mal und das sieht gut aus da kriegen wir eine ip adresse hurray ipv4 fixed fehlt dann nur noch der untere block hier den umschreibe ich aber besser statt ihm das einfach alles mitzugeben also mal gucken ob er das verwurschtelt bekommt zumindest den oberen teil bis irgendwo hier my ip ist get ipv4 ja okay ich muss noch ein bisschen mehr machen muss gleich ja noch gucken ob sich geändert hat aber ich möchte am ende die loop auch hier drin haben dass ich den als daemon laufen lassen kann dns url ist cfg.dns url autorization basic off base 64 cfg.dns url dann gucken wir was er draus macht update und und response content no chg no change das klingt gut was können wir noch machen was wir könnten die parameter ein bisschen anders machen und zwar können wir das so machen das heißt wir können jetzt ich meine ip ist nun und dasselbe für die v6 dann ist das nämlich relativ dynamisch was wir darüber übermitteln fein 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 klappt das wenn ich die params einfach zurückgeben müsste eigentlich genau response punkt text gleich gleich not chg response text gut dann return params ansonsten return was ich gerne auch noch hätte wäre die url hier einmal geschrieben und dann machen wir hier unsere loop import time time.sleep ok das heißt unsere dings sieht so aus wir gehen in while update dns time.sleep was hat man gesagt fünf minuten äh da habe ich meine minute erstmal kannst du ja immer noch einstellen und da inzwischen mache ich ja nicht mehr so viel außer dem einen http request zu meinem server das ist überschaubarer traffic und last ich möchte aber update dns nur dann ausführen wenn sich nichts geändert hat also last check so soll man schreiben bei python last check ist das da check ist gleich update dns if check is not none last check gleich check ich müsste hier ja abfragen okay ja das ist unfug wobei nicht zwingend dann geben wir das mit last check last check gleich leer dann ist das optional if last check dasselbe wie params return last check theoretisch sind wir jetzt fertig oder habe ich irgendwas vergessen ich denke nein wir gehen hin gehen in den check geben dem ein leeres leeres dick mit er fragt die aktuelle ipv4 und v6 ab wenn sie zurückkommen wird das zusammengebaut dann wird geprüft ist last check dasselbe wie das was wir übermitteln wollen ist nicht weil wir wollen ja die aktuelle ipv4 und v6 übermitteln das heißt in diesem fall würde den blog überspringen würde die url zusammenbauen und das ganze an den dienst schicken wenn der dienst dann quittiert dass entweder no change ist oder gut ist also alles okay ist mit der änderung wenn die parameter zurückgegeben ansonsten gibt es nun dann wird geprüft wenn es nicht nun ist dann wird es wieder in last check gespeichert und eine minute gewartet in dem fall hier nach einer minute läuft er wieder los prüft geht wieder hier rein bekommt den last check mit das ist aber diesmal die ips von dem letzten lauf dann geht er hier rein guckt wieder die aktuelle ipv4 aktuelle ipv6 baut zusammen und in diesem fall wäre jetzt last check und parameter identisch weil die ips haben sich ja nicht geändert das heißt er sagt no change und geht direkt wieder raus erst wenn irgendwann sich meine ips ändern dann würde hier der check fehl schlagen und dann macht er wieder hier hallo lieber dns provider mach mal soweit der plan mit etwas glück funktioniert der plan jetzt auch also müsste funktionieren starten wir und ok response content noch g das heißt wir warten jetzt eine minute und sollten dann gleich die info bekommen dass es keine änderung gab weil das noch g das kommt ja vom dns dienst und wir erwarten jetzt hier unseren no change den wir schreiben was wir in der zwischenzeit noch machen können das ist hier ganz oben etwas und zwar schüben damit sagen wir womit hier diese software gestartet werden soll das ding unter windows gibt es das konzept der dateiendungen das gibt es unter linux so nicht direkt stattdessen dann schreibt man üblicherweise am anfang von solchen skripten rein womit die ausgeführt werden sollen wenn es keine direkten binär dateien sind und gerade noch rübergeguckt no change sieht gut aus ich denke ich werde gleich noch eine datums anzeige rein machen aber lasst mich gerade mal hier gucken wie der shibang aussehen soll und wenn wir jetzt nämlich hingehen und chmod plus x machen das heißt ich markiere das ist ausführbar ich hatte jetzt die ganze zeit hier aufgerufen python leer update py was wir jetzt machen können durch dieses shibang und als ausführbar setzen einfach punkt schräger update py und wir sehen es funktioniert genauso fein so kümmern wir uns noch um den präfix mit der zeit ich habe es hier schon mal eingetragen selbstverständlich im iso format und ja vernünftige zeiten also schnappen uns hier noch die date time frage geht das auch in einer zeile okay mit lamp das geht das auch ja das stimmt schon so war das nicht gemeint mir hätte der hintere teil gereicht aber gut man kann es auch als lambda ausdrücken da hat der pc eine andere definition als ich gehabt so wo printen wir denn überall wir printen an diversen stellen das ist aber fritzbox alles das heißt für uns relevant ist hier das no change zack dann hier die url so dann dürfte das ein bisschen übersichtlicher werden sieht gut aus jetzt ist überall datum und uhrzeit mit dabei und ja im endeffekt kann ich das jetzt so als dienst auf dem system laufen lassen da gibt es verschiedene wege systemd heute bei den meisten distributionen ich habe noch teilweise ein eigenes system hier drauf laufen da trage ich es einfach ein und dann wird das jetzt hier entsprechend funktionieren und mir nicht mehr die ganze zeit mein postfach zu sauen im hintergrund seinen dienst tun hurray gut ähm müssen wir sonst noch irgendetwas beachten ich denke nein theoretisch müsste es sogar komm das testen wir gerade noch mal deactivate damit gehen wir aus dem dns update wie environment raus raus ja jetzt führen wir das mal aus also ich habe die fritz connection ja auch drin kommentieren wir die mal gerade aus weil ich glaube wir haben sonst nichts drin was irgendwie externe module sind die ich nicht auf dem hauptsystem habe dann könnte ich mir das environment sparen und jipp funktioniert tatsächlich okay kann ich mir das vnf auch sparen nun gut ja programm ist fertig hat chat gpt dabei geholfen naja also ja es hat natürlich geholfen ob ich allerdings über andere Quellen wie stack overflow wie github oder ähnliches wirklich länger gebraucht hätte um mir die informationen zusammen zu sammeln ich glaube nicht wirklich gerade beim programmieren da gibt es halt sehr viele ressourcen online die einem da enorm weiterhelfen können und auch wenn das jetzt bei einigen programmierern irgendwie gesichts entgleisungen auslösen wird wenn man dinge von stack overflow kopiert dann sind die meistens eher richtig also zumindest richtiger als das was sich hier chat gpt teilweise zusammen spend und das ist natürlich auch nicht jetzt ein problem von chat gpt sondern wie gesagt allgemein von ki systemen die nicht speziell darauf optimiert sind aber selbst wenn es optimiert ist also ich hatte auch mal zeitweise andere programme benutzt die spezielle kis enthalten um beim programmieren zu helfen und selbst die haben teilweise da code generiert der halt nichts mit der wahrheit zu tun hat und so gar nicht funktionieren kann so oder so wie wir sehen können hier update das ganze das heißt ja ich mache mir ja mal das gewitter was eben hier durchgezogen ist zunutze denn es ist jetzt nicht mehr ganz so heiß wie als ich gestartet habe kann entsprechend hier ein bisschen durchlüften und ja wie schön kalt geworden ist das kann ich jetzt ja glücklicherweise von überall sehen denn ja ich komme ja jetzt wieder remote auf meinen server drauf und kann mir meine temperatursensoren angucken zumindest mal solange hier das skript das tut was es soll dann geht es jetzt wieder ab. dann könnte ich wieder einmal zu schien dann gehen hier die